Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4, ihr habt es am Titel schon gesehen. Heute geht es um das ganze Thema Erze. Eigentlich etwas, wo ich niemals gedacht hätte, ein Video zuzumachen, aber ich selber habe ein Erzproblem. Ist erst seit der Season so, vor der Season hatte ich das nicht so, aber jetzt mit mehreren Charakteren, die ich hochlevel und vor allen Dingen, wenn ich immer wieder neue Items hochleveln möchte, fehlt mir aktuell ein bisschen das Silbererz. Die Möglichkeiten Silbererz zu bekommen sind auch relativ begrenzt, aber ich zeige euch heute auf jeden Fall mal drei Möglichkeiten Silbererz zu bekommen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten an. Die erste, meiner Meinung nach auch die beste Methode Erz zu bekommen, ist Erzvorkommen zu farmen. Jetzt habe ich mir die ganze Karte von Sanktuario angeschaut und überlegt, wo ist die beste Stelle, um Silbererz zu farmen, weil einfach dumm durch die Gegend laufen und zu hoffen, dass man diese Erzquellen findet. Ist jetzt nicht so meinte Style, deswegen habe ich mir eine Karte rausgesucht, die werde ich euch auch, ja ich werde euch die unten mal markieren, reinpacken, könnt ihr euch selber vielleicht eine coole Stelle raussuchen. Aber ich habe hier im zersplitterten Gipfel eine Farmingroute gefunden, die relativ cool ist. Und zwar fangen wir an in Zuflucht des Bärenstammes, gehen nördlich raus, einmal hier entlang, hier sind richtig viele, dann hier runter, also hier so entlang, hier sind nochmal ein paar und dann hier rein. Hier sind richtig viele, ich werde euch das einblenden, wie viele hier sind. Hier runter und das ist fertig. Ich habe jetzt 44, ich mache die Route einmal und dann schauen wir mal, wie viel ich durch diese Route bekommen habe. Übrigens wünschte ich, ich hätte das hier in den Daily, ins Daily Video mit reingenommen, weil ich habe keine Ahnung, wie die Respawn-Zeit von diesen Erzten ist. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst, wie die Respawn-Zeit von den Erzten ist. Ich bin die Route jetzt einmal abgegangen, jetzt gucken wir mal, wie viel war das? 44, 24, 24 Silbererz ist super, das ist fast ein Item auf dem Max-Level, sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zum zweiten Punkt. Zusätzlich zu dem Silbererz farmt ihr natürlich auch Bronzeerz oder Eisenerz heißt es, glaube ich. Und hier beim Alchemisten habt ihr die Möglichkeit, Ressourcen zu verfeinern, unter anderem auch Eisenbrocken into Silbererz. Das könnt ihr hier machen, 10 Eisenbrocken sind ein Silbererz. Wenn ihr also viele Eisenbrocken habt, aber wenig Silbererz, dann könnt ihr das hier verfeinern. Und dann bleibt nur noch eine einzige Sache, die ihr machen könnt, und das sind natürlich Schmuck und Waffen beim Schmied wiederverwerten. Ich habe hier eine Waffe, gucken wir mal, ob ich direkt ein Silber bekomme. Da unten könnt ihr mal sehen, was ihr bekommt. Ich werde mal gerade noch ein paar Sachen holen, damit ich euch wirklich zeigen kann, dass Schmuck und Waffen Silber gibt. Ich habe hier mal ein paar geholt und jetzt können wir mal gucken. Eisenbrocken, Silber, Eisen, 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 Eisen. Und ihr seht, Wiederverwerten gibt nicht so viel. Alchemist, Eisenbrocken into Silbererz geht auch nur bedingt viel. Ich würde echt sagen, die Farmingroute ist die beste Methode, um Silbererz zu bekommen. Wie gesagt, ihr habt unten auf jeden Fall die Map, um euch genau die Route selber zu erstellen. Ich würde hier, glaube ich, einfach die Route wieder gehen und dann hier entlang, hier entlang und dann einmal hier durch. Und dann habt ihr, wie gesagt, 24 Silbererz. Falls dem einen oder anderen da draußen genauso geht. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich würde mich sehr über ein Follow auf dem Kanal freuen. Sehr über ein Follow auf dem Bubble. Sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.